Wann die Herren vielleicht eine Zigarette wollen? Aber meine Herren, streiten es doch nicht. Aber wenn Sie desnächstes wollen in ein fremdes Zimmer kommen, dann müssen Sie vorher anklopfen. Es könnte ja sein, ich meine, Sie brauchen nicht rot zu werden. Und die Flucht ergreifen brauchen Sie auch nicht. Es genügt schon, wenn Sie sich ein bisschen umdrehen. Wie erstaunlich, dass du meinen Namen noch weißt. Die Herren kenne ich bereits. Und ich bin die liebe Tante Marion. Wenn wir stören, können wir ja gehen. Ganz im Gegenteil. Los, mach, dass ihr rauskommt, aber Dalli!